Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Heute, finde ich, machen wir unserem Plan, dem True Crime Trend, True Criminology-Fakten entgegenzusetzen, alle Ehre. Die Medien beschäftigen sich ja hauptsächlich mit Kriminalität, wenn es um was Großes geht. Aber tatsächlich macht Diebstahl gut 30 Prozent der von der Polizei registrierten Straftaten aus. Der Betrug, unter dem das Fahren ohne Fahrschein fällt, macht weitere rund 14 Prozent aus. Nimmt man nun noch die Sachbeschädigung dazu, sind die Delikte insgesamt mehr als die Hälfte des Fallaufkommens im Hellfeld. Das ist schon beeindruckend. Und darum wollen wir heute mal einsteigen mit dem Delikt Fahren ohne Fahrschein. Und vielleicht stellen wir vorab noch kurz einen sprachlichen Hinweis. Manche mögen sich wundern, was dieses Fahren ohne Fahrschein eigentlich bedeuten soll. Es handelt sich um das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein. Der früher genutzte Begriff Schwarzfahren wird heute in der Regel nicht mehr gebraucht. Und warum ist das so? Das liegt daran, dass der Begriff als rassistisch aufgefasst wird. 2012 hat sich zum Beispiel ein Münchner Stadtrat dafür eingesetzt, den Begriff zu ersetzen. Die Münchner Abendzeitung hat dann die Argumentation als haltlos und hochgradig lächerlich beschrieben. Zitat Ende. Sprachforschende würden in schwarz ein Synonym für illegal sehen. Alternativ könne der Begriff auf den jüdischen Ausdruck, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, geschrieben wird es S-H-V-A-R-T-S, also Schwarz vielleicht, zurückgehen, der Armut bedeutet. Dann wären die Menschen, die ohne Fahrschein fahren, also diejenigen, die zu wenig Geld für ein Ticket hätten. Aber der Arbeitskreis Pan-Afrikanismus in München hält den Begriff in seiner Verwendung für rassistisch, weil hier schwarz mit einer negativen Sache verbunden wird, genau wie man das auch bei Schwarzarbeit oder Schwarzsehen eigentlich verbindet. Und damit wird der Begriff schwarz negativ in einen Zusammenhang gebracht und das Gegenteil, das weiß, steht dann weiterhin für rein und unschuld. Wir beide finden diese Argumentation schlüssig und deshalb nutzen wir die ebenso gebräuchlichen Begriffe fahren ohne Fahrschein oder erschleichen von Leistungen oder Beförderungserschleichung. Die beschreiben ja sogar besser, was gemeint ist und in der Wissenschaft legen wir großen Wert auf Genauigkeit. Jetzt wundern sich vielleicht manche, ja okay, das ist doof, man zahlt im Zweifel 60 Euro, wenn man erwischt wird, ein erhöhtes Beförderungsentgelt, aber was hat das mit Kriminalität zu tun? Was sucht das in unserem Podcast? Tatsächlich begehen Menschen, die ohne Ticket ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen, eine Straftat. Kurz zum rechtlichen Hintergrund. Der Paragraf, um den es geht, ist der Paragraf 265a StGB, also Strafgesetzbuch, und der besagt im ersten Absatz, Wer die Leistung eines Automaten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes, die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Es geht also nicht nur um das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln ohne zu zahlen, sondern auch um weitere Leistungen, die erschlichen werden können. Und das ist eine Straftat und nicht eine Ordnungswidrigkeit, wie man ja auch denken könnte. Was ist genau nun damit gemeint? Eine Beförderungsleistung wird in diesem Sinne erschlichen, wenn jemand so tut, als habe er oder sie ein Ticket, aber das nicht stimmt. Dazu muss man keine Sicherheitsvorkehrungen oder Kontrollen umgehen. Da liegt übrigens auch genau der Knackpunkt, und das ist auch der Grund, warum 1935 der Paragraf ins StGB eingeführt wurde, weil der bis dahin bestehende Paragraf vorausgesetzt hat, dass die Täuschung auf eine natürliche Person bezogen sein musste. Also man musste irgendwie eine Schaffnerin oder einen Schaffner täuschen und so tun, als hätte man ein Ticket. Aber mit einem zunehmenden Massenverkehr gab es ja oft gar keinen Menschen mehr, sondern eben nur noch Automaten. Im Jahr 1908, also es geht wirklich schon sehr lange zurück, musste mal eine Person freigesprochen werden, die keinen gültigen Fahrschein hatte, aber eben keine Bahnmitarbeiterin oder Arbeiter getäuscht hat. Und dann gab es ein paar Zwischenschritte, bis dann 1935 die Novelle kam. Der eigentliche Anlass war noch nicht mal das Benutzen von Verkehrsmitteln, sondern der Missbrauch eines Münzfernprechers. Damals die häufigste und volkswirtschaftlich gefährlichste Art der Leistungserschleichung. Zitat Ende. Mittlerweile gibt es keine Telefonzellen mehr, aber die Beförderungserschleichung gibt es weiterhin. Und die hat die anderen Tatbestände jetzt eigentlich verdrängt. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik, PKS, umfasste die im Jahr 2021 99 Prozent der Fälle, die unter Paragraf 265a StGB verurteilt wurden. Also auch wenn der Paragraf theoretisch andere Dinge einschließt, sind faktisch eigentlich nur Fahren ohne Fahrschein Delikte da drin. Und jetzt hast du ja gerade beschrieben, es geht schon alles lang zurück, die Gesetzeslage oder die Beschäftigung damit. Wo ist eigentlich die Aktualität? Und da sehen wir gerade eine sehr aktuelle Debatte, nämlich ob das Delikt Fahren ohne Fahrschein bestehen bleiben sollte oder nicht. Im Juni 2023 diskutierte der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages über einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches. Im November 2023 kündigte Justizminister Marco Buschmann an, dass das Fahren ohne Fahrschein entkriminalisiert werden soll. Okay, dann schauen wir uns mal die Argumente an. Was spricht dafür, dass es eine Straftat ist? Zunächst mal handelt es sich um eine Rechtsgutverletzung. Also die Leistung wird auf Kosten des Vermögens und der laufenden Kosten des Leistungserbringers oder der Leistungserbringerin erschlichen. Also eine Firma trägt einen Schaden davon. Die Verkehrsbetriebe, denen entgehen Einnahmen. Diese Einnahmen müssen durch diejenigen, die ihr Ticket bezahlen oder durch Leistungen der Steuerzahlenden ausgeglichen werden. Man kann sagen, es ist auf gewisse Weise daher auch ein gemeinschaftsschädliches Verhalten, wenn einzelne versuchen, auf Kosten der anderen durchzukommen, so eine Art Trittbrettfahrerei. Und es liegt auch im Interesse der Verkehrsbetriebe, dass es einen Druck auf nicht zahlende Fahrgäste gibt und da ist die Sorge auch, dass die Abschaffung ein gefährliches Signal wäre und dass es einen deutlichen Anstieg geben würde bei den Menschen, die ohne Fahrschein fahren. Überlegungen dahingehend, warum es gut wäre, diesen Straftatbestand abzuschaffen, beziehen sich auf das Aufkommen. Also Beförderungserschleichung ist ein Massendelikt mit erheblicher Zahl an strafrechtlicher Verfolgung. 2020 waren 6 Prozent der Verurteilungen nach allgemeinem Strafrecht aufgrund des Deliktes erschleichen von Leistungen. Und man könnte jetzt sagen, steht das eigentlich so im Verhältnis zueinander, denn so ein großes Fallaufkommen, das bindet halt Leistungen der Strafjustiz, welches laut OLG Brandenburg an der untersten Grenze desjenigen Bereichs menschlichen Verhaltens liegt, die die Rechtsordnung mit Strafe bedroht. Ist es überhaupt eine Straftat? Das Strafrecht und insbesondere die Freiheitsstrafe sollte nur als Ultima Ratio, als letztes Mittel zum Zuge kommen. Die Tatbegehung des Erschleichens verursache nur einen sehr geringen Schaden. Falschparken beispielsweise ist ja auch keine Straftat, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Das hört man immer wieder, dieses Argument. Das ist so ein Thema im Vergleich. Also es ist ja vielleicht ähnlich wenig schädlich, aber Menschen, die falsch parken, die haben ja schon eine gewisse Ressource, weil sie irgendwie das Geld haben, ein Fahrzeug zu unterhalten, werden aber in dem Moment nicht mit einer Strafe belegt. Also nicht neben dem Ticket für Falschparken. Aber dieses Ticket erhalten ja Menschen, die ohne Fahrschein fahren, auch in Form des erhöhten Förderungsentgeltes. Ja, und damit sprichst du ja auch an, wen trifft eigentlich diese Norm? Und hier wird deutlich, dass die Norm insbesondere finanziell schlechter gestellte Menschen trifft. Personen, die Schwierigkeiten haben, sich ein Ticket zu leisten, aber auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Und wenn sie dann erwischt werden, können sie schon das erhöhte Beförderungsentgelt der Verkehrsbetriebe kaum zahlen. Durch die Kriminalisierung kommt aber auch noch eine Geldstrafe hinzu. Fahren ohne Fahrschein ist dasjenige Delikt, bei welchem die Geldstrafe am häufigsten in eine Ersatzfreiheitsstrafe mündet. Jede siebte Person, die wegen § 265a zu einer Geldstrafe verurteilt wird, tritt eine Ersatzfreiheitsstrafe an. Bei Steuerdelikten ist es nur jede 43. Person. Damit wird also die härteste Sanktion, die wir in unserem Rechtsstaat haben, die Freiheitsstrafe regelmäßig wegen des, wir erinnern uns an das OLG Brandenburg, kleinsten Delikts vollzogen, das wir eigentlich so festhalten. Und darüber hinaus können die Verkehrsbetriebe ja, selbst wenn entkriminalisiert wird, weiterhin das erhöhte Beförderungsentgelt erheben, also das bliebe davon unbenommen. Jetzt ist aber doch mal interessant, das machen wir ja immer in unseren Folgen, sich anzugucken, wie oft kommt es denn eigentlich vor. Und da schaut man jetzt mal ins Dunkelfeld und dann sieht man, oh, das tun ja doch relativ viele. Ein Viertel von befragten Jugendlichen gibt an, dass sie im letzten Jahr mindestens einmal ohne Fahrschein öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben. Wenn man sie fragt, ob sie es im Leben schon mal gemacht haben, stimmt sogar mehr als ein Drittel zu. Bei den Erwachsenen sieht es ganz ähnlich aus. Auch da sagt ein Viertel, ja, gelegentlich fahre ich mal ohne Fahrschein. Damit ist es eines der verbreitetsten Delikte. Wenn wir jetzt aufs Hellfeld schauen, dann zeigt sich für 2022 in der polizeilichen Kriminalstatistik, dass dort 131.000 Fälle ungefähr wegen Beförderungserschleichung verzeichnet sind. Alle Taten, bei denen eine tatverdächtige Person namentlich ermittelt werden kann, gelten als aufgeklärt. Darüber haben wir am Anfang der Podcast-Folgen ja schon mal berichtet und werden an die Staatsanwaltschaft übermittelt. 2022 waren das ungefähr 130.000 Fälle. Insofern ist die Aufklärungsquote sehr gut in diesem Bereich. Das liegt aber nicht daran, dass jede Person, die ohne Fahrschein fährt, auch erwischt wird, sondern das liegt daran, dass die Fälle, die bei der Polizei registriert werden, dann eigentlich auch schon immer eine Person als tatverdächtige Person quasi mitgeliefert bekommen. Es gibt einige MehrfachtäterInnen. So wurden 2022 den 130.000 Fällen ungefähr 87.000 Personen zugeordnet. Und wie gelangt jetzt eigentlich so ein Fall von Fahren ohne Fahrschein in die Justiz? Fragen Sie jetzt vielleicht immer noch Menschen. Also es ist normalerweise so, dass eine Person ohne Fahrschein angetroffen wird von einer Kontrolleurin oder einem Kontrolleur. Die Verkehrsbetriebe registrieren dann die Daten der Person und wird die Person in einem bestimmten Zeitraum wiederholt auffällig, dann leiten sie die Verfahren an die Polizei weiter. Aus Berlin ist zum Beispiel bekannt, dass die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, die Anzeige erst dann erstatten, wenn mindestens drei Vorgänge von Fahren ohne Fahrschein innerhalb eines Jahres bei einer Person festgestellt werden. Die Polizei prüft dann, reicht es an die Staatsanwaltschaft weiter und die entscheidet, ob der Fall verfolgt wird oder eingestellt wird. Wenn es eine erste Straftat ist, wird in aller Regel eingestellt werden. Wenn es wiederholt passiert ist, wird vermutlich ein Verfahren eingeleitet. Und wenn dann es bei dem Verfahren zu einer Verurteilung kommt, dann kann es entweder per Strafbefehl, also schriftlich passieren, oder eben vor Gericht. Und wenn dann eine Geldstrafe ausgeurteilt wird und die eben nicht bezahlt wird, kann das Ganze dazu führen, dass man wegen Fahrens ohne Fahrschein tatsächlich in Haft landet. Das Beispiel aus Berlin, was du gerade gebracht hast, ist auch ein gutes Beispiel für mögliche Verzerrungsfaktoren in diesem Bereich. Wenn wir das Hellfeld angucken, denn ob so eine Straftat wirklich der Polizei bekannt wird oder nicht, das hängt auch mit der jeweiligen Praxis der Verkehrsbetriebe oder vielleicht auch der Kommune zusammen. Wenn zum Beispiel ein Verkehrsbetrieb entscheidet, dass sie einfach jede Tat auch anzeigt, dann sind da natürlich sehr hohe Fallzahlen. Und in Köln hat man vor kurzem diskutiert, dass die Kölner Verkehrsbetriebe gar nicht mehr anzeigen sollen. Und auch das wirkt sich dann auf die Fallzahlenentwicklung in der PKS aus. Genau, das ist auch so auf eine gewisse Art und Weise ist diese Entscheidung, die es in Köln gab, also die von der Politik in Köln getroffen wurde, die es auch in Düsseldorf gab und auch in Bremerhaven, möglicherweise inzwischen in mehreren Städten auch, ist auch ein bisschen so eine Entscheidung, die gewertet wird als so eine Vorwegnahme vielleicht auch dieser Entscheidung der Entkriminalisierung, weil es eben heißt, naja gut, wenn es keine Anzeige gibt, dann wird auf jeden Fall keine Kriminalisierung stattfinden. Und insofern ist das eine Form von Vorwegnahme von Gesetzesänderungen, die von unten vielleicht sogar schon passiert. Wie oft wird denn nun verurteilt? 2021 zeigen die Statistiken, dass fast 37.000 Verurteilungen aufgrund des Erschleichens von Leistungen getroffen wurden. Hiervon wurde in 5 Prozent eine Freiheitsstrafe verhängt. Die restlichen Strafen waren Geldstrafe. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen im Jahr 2021 und eines entsprechend anderen Verhaltens der Bevölkerung die Anzahl der Verurteilungen deutlich unter den Vorjahren liegt. Genau, wenn man nämlich mal ins Jahr 2020 guckt, zwar auch schon ein bisschen Corona verzehrt, aber da sind die Zahlen noch etwas stärker ähnlich zu den Vorjahren, dann sehen wir, dass 2006 Menschen tatsächlich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden, wegen Fahrens ohne Fahrschein, also Erschleichen von Leistungen. Davon 506 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe. Also das hieß, da hat das Gericht sogar gesagt, ihr 500 Menschen geht jetzt in Haft, weil ihr ohne Fahrschein gefahren seid. 1500 davon zur Bewährung. Geht man davon aus, dass ungefähr ein Drittel der Bewährungen widerrufen wird, kommen da nochmal 500 Bewährungswiderrufe hinzu. Also kann man sagen, dass es 1000 Freiheitsstrafen wegen Fahrens ohne Fahrschein gab. Und dann kamen noch dazu die Ersatzfreiheitsstrafen. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, jede siebte Person, die wegen 265a zur Geldstrafe verurteilt wird, kommt in eine Ersatzfreiheitsstrafe. Wenn man das jetzt bundesweit auf diese knapp 40.000 Geldstrafen anwendet, die 2020 verhängt wurden, dann wären das nochmal rund 5700 Ersatzfreiheitsstrafen. Und dann könnte man tatsächlich sagen, dass in Deutschland fast 7000 Menschen wegen Fahrens ohne Fahrschein in Haft sind. Die Zahl ist aus dem menschlichen Aspekt schon mal total negativ beeindruckend. Aber die Frage, die ja vorhin schon mal kam, dieses inwiefern ist das eigentlich auch eine Ressourcenauslastung, die da passiert für ein Delikt, das vielleicht gar nicht so schlimm ist, habe ich mir mit meinem Kollegen Frank Wilde einmal angeschaut, was das eigentlich kostet. Und wir haben uns ausgerechnet, was kostet sozusagen von der Polizei bis zum Justizvollzug, dieses Delikt so durchzuexerzieren, wie wir es im Moment tun, also als Straftat. Und tatsächlich wendet der Staat rund 114 Millionen Euro jedes Jahr dafür auf. Und zugleich ist der Betrag, um den es hier geht, für jeden einzelnen Fall eben relativ gering, weil es in den Großstädten, wenn man jetzt mal sagt, ein Ticket für das Stadtgebiet im Jahr 2023 kostet irgendwas, drei Euro bis vier Euro. Da ist natürlich diese Summe, die dagegen steht, doch sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Und wenn man sich auch überlegt, was könnte man mit diesen 114 Millionen Euro sonst machen, also zum Beispiel in den öffentlichen Nahverkehr. Und damit würde das wahrscheinlich allen Menschen mehr zugutekommen. Wen betrifft es? Gerade Menschen, die kein Geld haben, aber durch die Stadt kommen müssen, um zur Arbeit zu fahren oder auch bei Menschen, die suchtkrank sind, Methadonvergabe oder andere Hilfestellen aufsuchen müssen, werden wiederholt ohne Fahrschein angetroffen und dann irgendwann verurteilt, können die Strafen nicht bezahlen und landen in Haft. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, um das Fahren ohne Fahrschein gibt es in den vergangenen Jahren immer wieder Debatten, soll entkriminalisiert werden oder nicht. Dagegen spricht der Einnahmeverlust der Verkehrsbetriebe und das erwartete Trittbrettfahren. Dafür spricht der hohe Ressourceneinsatz für die Verfolgung und die starke Betroffenheit von Menschen ohne finanzielle Mittel. Jährlich gelangen rund 7.000 Menschen für Fahren ohne Fahrschein ins Gefängnis und von einer Entkriminalisierung bliebe das erhöhte Beförderungsentgelt unberührt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.